Man geht dort einfach so hin. Und wenn die Musik spielt, der Delfin springt und lächelt, dann wird's schwer, das Problem zu erkennen. Ein lächelnder Delfin ist die größte Täuschung der Natur. Man glaubt, dass sie glücklich sind. Das Herz des Delfinariums ist das Fischhaus. Sollten Sie mal ein Fischhaus besuchen, dann werden Sie dort Flaschen mit Maillocks und Tagamet finden. Damit werden die Geschwüre der Delfine behandelt, die Sie von dem ganzen Stress kriegen. Man muss sie in der Freiheit beobachten, um zu verstehen, warum sie nicht in Gefangenschaft leben können. In freier Wildbahn liegen Sie täglich 40 Meilen zurück. Morgens surfen Sie an dem einen Ort und eine Stunde später sind Sie 25 Meilen entfernt. Fressen oder spielen miteinander. Das Leben der Delfine wird durch Akustik bestimmt. Das ist Ihr wichtigster Sinn.